Zeig mir deine Welt, Chris. Ich dachte, wir fangen mit dem Straßenbahnmuseum in Crouch an. Gut. Liebe Mom, Yorkshire ist zauberhaft. Gar nicht so, wie du gesagt hast. Die Leute hier können lächeln und meine Pastasauce habe ich hier auch gekriegt. Das Wohnwagenbett ist ziemlich kurz, aber Chris ist ein einfühlsamer Liebhaber. Ich hoffe, du freust dich ein bisschen für mich. Liebe Grüße, Tina. Ja, gutes Mädchen. Wir werden das da wohl aufsammeln, hoffe ich. Ich war das nicht. Entweder Sie heben dieses Exkrement da auf der Stelle auf oder ich melde Sie dem National Trust. Das kannst du auch gleich dem National Trust melden. Ich will mir davon nicht den Urlaub ruinieren lassen. Chakra. So habe ich das Ermorden unschuldiger Menschen noch nie betrachtet. Das ist kein Mensch, Tina. Das ist ein Daily Mail-Leser. Wenn du irgendwas ausklauterst, dann... Ich verstehe schon, du willst bloß kreativ sein. Die Polizei fahndet nach einem Mann mit rotem Vollbart und dessen wütender Begleiterin... Sitz! Du bist eine einzige Belastung... ...du bist wie deine Mutter. Ist es schiefgegangen? Vielleicht ein bisschen. Du hast ihn aber nicht dabei zugucken lassen, wie du groß machst, oder? Wir haben beide gesagt, was für ein hübsches Paar Sie sind. Ich liebe Sie sehr. Ich fliege! Ich meine, alle anderen haben doch auch was gefunden, um sich schöpferisch auszudrücken. Sogar du mit deiner Strickerei. Hat dir der Urlaub denn gefallen? Ja, der Urlaub war einfach großartig. Fickt euch! 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 Fickt euch!